So meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen kurz die Kämpfer vorstellen. Der Mann in der roten Ecke, Vitaly Gapuro, vom Boxing S, trifft in dem ersten Finalkampf um das JNBV-Meisterschaft in der Gewichtsklasse bis 56 Kilogramm. Auch Ali Eidi vom HBC Software. Nein, der ist weg. Der Elfer ist weg. Dafür macht unser den Elf. Ringfrei Runde 1. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.